Eigentlich könnte ich ja mein Büro immer mal aufräumen, bevor ich hier Videos mache. Eigentlich. Eigentlich könnte ich auch einfach liegen bleiben. So, ich möchte noch mal was zeigen. Guck dir mal die Tasse hier. Da haben wir drei Stück von. Das ist das letzte Video für dieses Jahr. Und ich sage nix wegen 2014 und so, da kommt noch ein Jahresabschlussvideo, das muss ich aber noch machen. Das kommt noch Jahresabschlussvideo. Ich wünsche euch erst natürlich allen, die das jetzt gucken und allen, vor allen Dingen, die mir geschrieben haben. Ich kann nicht allen antworten. Es sind jetzt schon über 100 Grüße. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der geht also so ein Rundumschlag für alle. Und ihr seht schon in der Überschrift, ich komme aus diesem Dampferzeug, anscheinend komme ich da nicht mehr raus. Ich muss das noch mal betonen, das hier ist kein Dampferkanal, sondern das ist der Hedley B. Jones Kanal, der zufällig dampft. Tretbruder hat das mal toll auf den Punkt gebracht, der hat er auch gesagt, in einem seiner Videos, das hier ist kein Dampferkanal. Der Hedley hat keinen Dampferkanal, sondern der macht eben auch Musik und dieses Licht. Seht ihr, das Licht, das ist die Tageslichtleuchte, die bei meinem Greenscreen dabei war. Das Teil ist der Ober-Oberhammer. Du siehst jeden verdammten Staubkorn auf meinem Schreibtisch. Aber die Lampe ist toll. Ich lasse sie da stehen. Ich finde, das ist toll beleuchtet. Und das macht was her. Das gibt was her. So. Einer meiner liebsten und tollsten Abonnenten hat mir etwas geschickt. Äh, es kam etwas später. Sollte eigentlich ein Weihnachtsgeschenk sein. Und, ähm, dieser Mensch, ich weiß nicht, ob Männlein oder Weiblein, ich habe keine Ahnung, ist so bescheiden, dass er mir nicht gesagt hat, wer er ist. Ähm, ich hab gebittelt, gebittelt sag ich immer. Ich hab gebittelt und gebettelt, aber er wollte nicht. Ähm, gut. Dann bedanke ich mich jetzt, ach, meine Kniebandage. Bedanke ich mich jetzt bei dir ganz herzlich für das Weihnachtsgeschenk. Das hat er sich richtig was kosten lassen. Denn er hat mir auch die Rechnung mitgeschickt, falls ich es umtauschen muss. Nämlich 28,90. Da bedanke ich mich ganz herzlich, dass mir ein, ja, ein Fremder eigentlich ein Weihnachtsgeschenk für 30 Euro schickt. Das ist schon eine krasse Sache. Und zwar, ihr habt schon oben drüber gesehen, ein Aspire Nautilus Mini. Okay. Ähm, ich muss kurz, ich bin wieder ganz toll vorbereitet auf dieses Video. Was macht man da rein? Äh, Bottermilk fresh oder Beusenbeere? Ich mach, ich mach Beusenbeere rein. Ne, ich mach das Vanille rein. Ich hab schon lang kein Vanille mehr gedampft. Ich mach das Vanille rein. So. Ein Manual hier. In allen verschiedenen möglichen Sprachen. Nur nicht auf Deutsch, doch auf Deutsch. Also. Zusammenbau. Leider ist das alles wieder mal sehr, sehr klein. Ähm, das kommt in einer Wunder... Ey, hier sieht's aus, ey. Ey, dieser Staub. Zack, ins Bild. Ja, ganz kurz. Mein Mäuschen. Ähm, hier. So sieht das Ding aus. Äh, ne, so rum. Das ist eine wunderschöne Box. Und die hat... Er hat mir einer geschenkt. Er wollte aber nicht sagen, wer es ist. Er wollte es mir nicht... Ey, guck mal. Da ist ein 3D-Hologramm drauf. Guck mal. Also, wie geil ist das denn? Warum ist das denn da drauf? Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht, dieses 3D-Teil da. Doch, das kann man sehen. Guck mal. Warte mal, ich mach meinen Autofokus an. Komm schon, fokussier, ey, du blöde Kamera. Das gibt's aber nicht. Jetzt, warte, ich geh in die Mitte. Jetzt. Da hat das 3D-Ding. Ist ja witzig, ja. Das da. Mit der Häkelnadel. Jetzt kann ich's wieder wegmachen. So. Äh, Nautilus Mini, heißt das Ding, is the next generation of tank system. Ähm, das ist anscheinend voll das geniale Teil. Äh, da ist ein Glastank dabei. Auch dieser Ring wieder zur Luftstromeinstellung, der auch schon in dem, in dem E-Move oder wie das Ding geheißen hat, war. Ähm, und ein Ersatzverdampfer ist mit dabei. Wenn ich jetzt... Und diese, diesen Ring hier, der, ähm, guck dir mal. Dieser Ring hier, der einem einfach einen schönen Abschluss macht, ja, dass es einfach schöner aussieht. Ich nehme jetzt mal meine normale, meinen normalen. 510er Akku. Ja, das passt alles wunderbar. So. Also, Tropfspitze, Oberteil, Glastank, ausversparbarer Zerstäuber, oberen Anschluss an Pyro... Achso, der, der ist ja schon zusammengebaut. Den muss ich nicht zusammenbauen. Der hat Handschuhe an beim Zusammenbauen. Der hat Handschuhe an. Prüfen und sicherstellen, dass der obere Teil fest verschraubt ist. Ist er. Unten dieses Luftsystem. Ist ja genial, oder? Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Nur, meine Lieben, wie fühle ich den jetzt? Unterteil abschrauben. Beim Abschrauben des Unterteils ist gleichzeitig der Zerstäuber vom Oberteil abzuschrauben. Ah ja, guck an. Ah ja, okay. So sieht das dann aus. Hier ist noch so ein Silikonring. Und ich schätze mal, hier füllt man dann ein. Sehe ich richtig, ne? Ja, ja, ja. Das wird abgemacht. Ah, genau. Dann wird das da eingefüllt. Also, da füllen wir jetzt Vanille ein. Eine tolle Anleitung, ey. Endlich mal eine deutsche Anleitung, ey. Na gut, für 30 Euro. Darf ich das, glaube ich, auch erwarten. Ich sage, ich mache mal hier richtig schön Vanille rein. Wie rum war das jetzt drauf? Ach, du schon. Ach so, wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bin sehr gespannt. Da muss man richtig lange schrauben. Oh, jetzt muss ich kurz weg. Nur eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe nämlich Quarkbrötchen gemacht. Die sind noch ganz heiß. Quarkbrötchen. Ah. Und lang dann selber hin, ne? Oh, Mann. Mit dem Rezept vom Axel. 250 Gramm Quark, 250 Gramm Mehl, ein Ei, ein Beutel Backpulver, bisschen Salz, bisschen Zucker, verrühren, 20 Minuten backen, 180 Grad, Umluft. Ja? Schmecken super. Jetzt bist du doch im Bild. Ja. Erst, erst wolltest du gar nicht. So, ich habe jetzt da schon, ne, ich habe da irgendwas falsch gemacht. Oh, 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 oh. Da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Ja, hast noch? Da ist dieses Silikonteil ist da reingerutscht. Jetzt könnte ich sie gebrauchen. War das doch falsch rum, oder was? Wie rum gehört denn das jetzt hin? Flüssigkeit nicht in die zentrale Öffnung füllen. Wie war das jetzt da drin? Ah, 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 okay. Ah, alles klar. Ich mache den da unten fest. Alles klar. Der Silikon... Zu spät. Ich habe schon. Ich mache den Silikonring da unten fest. Und dann passt das auch. Ah, dann passt das wunderbar. Seht ihr? Gleich kaputt gemacht für 30 Euro. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt mal die Luftöffnung auf 0, wenn man das so sagen kann. Und werde jetzt einen normalen... Die zwei Minuten dürften rum sein. Da steht nämlich drauf, zwei Minuten lang gewähren, dass er... Sieht auch gut aus. Ja, macht ganz schön was her, das Ding. Jetzt bin ich gespannt. Kommt überhaupt nix raus. Null. Kommt gar nix. Also Luft rein. Oh, Mann. Fällt das schon mal auf? Wenn ich so einen Zerstäuber teste, so einen Verdampfer teste, ich fange immer an zu lachen. Schon mal aufgefallen? Also... Ich habe hier Nicht böse sein von Swabian Black Vanille. Ich hatte schon bessere. Deswegen machen wir die jetzt auch wieder raus und fülle was anderes rein. Oh, jetzt kriege ich es nicht mehr ab. Oh, ist das zu fassen. Das kann aber nicht wahr sein. Jetzt kriege ich es nicht mehr ab. Ja, jetzt kriege ich es nicht mehr ab. Jetzt. Oh, Mann, ey. Nicht schlecht, du. Jetzt habe ich es kaum noch abgekriegt. Das geht schon mal gut zu, ne? Jetzt machen wir das weg. Und, ähm... Swabian, verzeihe mir aber... Ne, ich habe was weggeworfen. Ich nehme Banane. Alles Banane. Das schmeckt nicht, das Vanille. Man muss auch ehrlich sein. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Ich habe schon wesentlich bessere Vanille gegessen. So. Jetzt nehmen wir Banane von Liquid Schmiede. Darfst gleich gucken, wie das dampft. Ostern, Ostern, Ostern. Schon ein wenig älter, ne? Guck mal, der sitzt jetzt auf dem normalen Akku und dampft wie Sau, ey. Allerdings, wenn man hier... Du kannst hier... Du hast hier Lufteinlässe, ne? Und wenn du die Lufteinlässe ganz weg machst, kommt gar nichts. Passiert gar nichts. Jetzt hast du links eine Lufteinlässe und rechts. Jetzt mache ich mal nach rechts. Oh. Jetzt gucken wir, was passiert. Hm. Kommt viel Luft. Findest du nicht viel? Ich hole jetzt auch sehr, sehr viel mit viel Luft. Du merkst es, weil es ganz leicht geht. Ja? Es geht ganz leicht. So, jetzt drehen wir es nach links. Ach, da geht noch mehr nach links. Ah. 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 Mhm. Aber nicht viel Dampf, ne? Jetzt bin ich bei ganz wenig Luft, ist das jetzt. Das kann aber auch am Liquid liegen, gell? Das muss nicht am Verdampfer liegen. Das kann auch am Liquid liegen, dass das einfach... Das ist das. Was? Das. Das? Ja. Also ein kleiner... Ich habe doch ein Mikrofon, da kann man ein Mikrofon draufschrauben. Jetzt wird es mehr, guck. Jetzt drehe ich noch einen hoch. Je mehr hochdrehst, umso mehr Luft ziehst du mit. Nein. Ist gut gemacht. Und jetzt schmeckt es auch nach Banane. Aber jetzt machen wir was. Jetzt befeuern wir mit dem den mal volle Kante. Jetzt geben wir dem mal richtig die Kante hier. Geben wir mal richtig Stoff. Gucken, ob der das aushält. Volle Kante. 4,8 Volt. Mehr geht nicht. Tredi würde sagen, da geht immer mehr. Scheiße. Hm. Da muss ja der Ring noch mit drauf. Alter Schwede. Jetzt ist mir das fast im Hals stecken geblieben. So, guck. Wenn der Ring da mit drauf ist, den haben die extra mitgeliefert. Dann sieht es viel besser aus. Guck. Besser? Besser, ne? Was warst du denn? So, und jetzt, jetzt pass auf. Ja, die Hardcore-Dampfer sagen immer noch, ja, die Lokomotive dampft anders. Ganz ehrlich, lieber Abonnent, der du nicht sagen willst, wer du warst. Vielen Dank für die Esspire Nautilus. Die macht mir Spaß. Schmeckt gut. Dampft für mich gut. Ich bin zufrieden damit. Jetzt kann mir nochmal einen erklären, was ein Drip-Tipp ist. Mit Pyrex, Glastank, Cone und Drip-Tipp. Was ist denn ein Drip-Tipp? Das Ding wahrscheinlich, oder? Also mit Esspire war ich ja schon immer zufrieden. Ich hatte ja schon mal einen Esspire. Mit dem war ich ja auch schon recht zufrieden. Ne, das hier sind die Verdampfer-Köpfe. Das ist der Verdampfer-Kopf. Ich muss mal gucken, was ein Drip-Tipp ist. Da bin ich mal gespannt. Was ist das denn schon wieder? Was ist das denn schon wieder? E-C-Karette? Drip-Tipp. Da bin ich echt gespannt. Drip-Tipps. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Mundstücke, die heißen Drip-Tipp. Die Mundstücke heißen so. Ach jetzt komm, ey. Das ist aber albern. Hörst du den pinken? Den pinken? Nö. Den pinken. Das ist aber echt albern, oder? Das ist doch albern. Ja, vor allen Dingen. Der hier passt schon gar nicht. Das Mundstück heißt Drip-Tipp. Das ist aber echt albern. Ey, ohne Scheiß jetzt, ne? Aber dampfen tut er gut. Gefreut mir. Jetzt schreibt wieder jemand drunter. 10 Minuten, 11 Minuten rumgelabert. Dabei wäre das in 30 Sekunden auch erledigt gewesen. Zeigen geht dampfen aus. Hängst du noch hinten dran? Ich habe noch ein paar Sachen zum hinten dran hängen. Nein, nein, egal. Du verschaffst das hier in 30 Sekunden. Dampfgut, ne? Sehr gut. Also, guten Rutsch, ihr Lieben. Letztes Video für dieses Jahr. Das nächste kommt morgen oder übermorgen. Ach ja. Ich muss noch ein Video machen. Headlay verliert Abonnenten. Habe ich mir heute Nacht ausgedacht. Ja, pfff. Schneide ich raus. Tschüss. Ich mache erst Testprobe. One, two, one. Ach so, ist gar nicht an. One, two, one, two. Da kommt nichts. Ach manne, ich hasse das. Was ist denn jetzt schon wieder? One, two. Eins, zwei. Warum geht es mir schon wieder nicht? Äh. Mach ich gut. Äh. Man sollte es auch einschalten, ne? Sondern? Jetzt aber. One, two, one, two, one, two. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. One, two. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Test, 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 test. Mach den scheiß Autofokus aus, ey. So, jetzt schieben wir das da rüber. One, two. Test, 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 test. Sprechprobe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. One, two, one, two. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt klingt es hoffentlich noch was. One, two, one, two. Das hier ist eine Sprechprobe. Achtung, Achtung. Eine Brechprobe. Oh Mann, ey. Bis das mal immer alles steht. Eins, zwei, drei. Das darf gerne noch etwas lauter sein. Right Sound. Machen wir mal weg. Jetzt bin ich gespannt. Right Sound. Ausgeschaltet. Ich habe den Right Sound ausgeschaltet. Aber in der Mitte. Und dann alliance-